hallo schön und herzlich willkommen hier ist der eurobas und wir spielen heute ein bisschen verstecken das erste mal in tausend jahren wieder bisschen verstecken ihr habt da ja so nach schrien alle wollen sie verstecken spielen dachte ich gut ok komm scheiß drauf wir wollen verstecken wir haben ein paar spieler dabei die da alle ich les jetzt nicht alle vor weil kein bock aber dem ein oder andere wird aufgefallen sein dass ein paar gesichter davon euch aus der zweiten runde play what i say bekannt vorkommen müssten weil es die gleichen sind ganz einfach mal sehen hier für keinen pack ja geil hier funkgerät disco ok gut ich stelle mich jetzt hier in die ecke und ihr durch verstecken gibt ihm was ich gebe euch zeit zum verstecken bis die uhr 15 schlägt ja ihr dürft nutzen eure esmine falls ihr eine dabei habt ihr habt zwei leben das heißt wenn ihr drauf gegangen seid dürft ihr euch wieder verstecken sollte natürlich in der zeit wo ich wieder versteckt von mir gesehen werden ich treffe euch wieder da pech gehabt so dass ihr in eine claymore eines eines mitspielers rennen habt ihr auch pech gehabt ganz einfache regeln irgendwas piept links von mir piep macht sein bestimmt dieses komische piep ding dieses kack radio von eben gerade hit radio antenne ey und auch fremdwerbung hier bumm und da ist schon der erste gestorben der easy hat sich selbst gekillt da ist er durchgerannt was soll denn die scheiße da ist genug ne das problem ist sieht ja keiner wo die dinger liegen ist darauf sage ich ja ihr müsst euch vorsichtig verliegen ich glaube ich weiß sogar wer durchgerannt ist dann versteckt euch mal und ne bis wann bis wann bis wann ach du scheiße ist heute hochgegangen ihr habt noch sage und schreibe zweieinhalb minuten um euch zu verstecken geil es reicht ja noch eine kleine frage an die zuschauerschaft wollt ihr wieder öfters verstecken sehen dann schreibt es in die kommentare wollt ihr bestimmte maps sehen mit bestimmten ausrüstungen oder ich darf nur das und das mitnehmen oder die feinde dürfen das und das einstecken schreibt es in die kommentare habt ihr sonst irgendwelche vorschläge für eine art von verstecken die ich noch nicht gemacht habe die ihr noch nicht kennt aber 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 gerne mal sehen würdet darauf dreimal raten genau schreibt es in die kommentare oder schreibt es in facebook oder in twitter aber nicht in instagram weil da bin ich nicht vertreten schreibt es mir im teamspeak wenn ich da ne tut es nicht schreibt es schön unter das video in die kommentare so ihr habt noch eineinhalb minuten eine minute und 30 sekunden ach so by the way ihr dürft keine glitsche verwenden ja also wenn ihr euch jetzt irgendwo in den haus auf die zehnte etage glitscht das könnte klicken erzählt nicht weil ich habe mich noch nie so mit cod spielen auseinandergesetzt dass ich diese ganzen glitsch geschichten kenne oder weiß wo die sind weil ich weil ich das spiel als faires spiel spiele auch wenn es 80 prozent der cod spieler nicht so tun wird doch egal aber ich weiß eh wo der touristik ist wo denn ich habe nämlich auf meinem radar oben links in der ecke einen touristik finder finder ding ist weil ich habe dem nämlich einen sender in den hintern geschoben hast du gar nicht mit dir recht ne das war dieses krisengroße radio das hast du doch gemerkt haben es hat doch bestimmt weh getan beim einpressen großen arsch ja ah ok ich hab das echt ein riesen arsch bist du by the way 35 sekunden ach du scheiße ich hab auch kein versteck ich weiß nicht wohin noch 20 sekunden ihr noobs ich habe gerade einen roten punkt auf einem radar gesehen wer war denn da so so intelligent hat geschossen oh mein Gott das müsst ihr natürlich machen wenn ihr dann am spielen also wenn ich jetzt gleich suche immer ab und zu mal einen schuss abgeben dann weiß ich finde ich euch vielleicht auch schneller so noch 5 4 3 auf 2 auf 1 auf oh und da ist schon ein knall zum start hier das genau gehört wie es boom gemacht hat so ok dann werde ich mal langsam losstiefeln mal dass man gucken um hinlegen funktioniert ok funktioniert aha da haben wir schon die erste male hallo junger man ins gesicht mit kassack mensch genau den wollte ich auch treffen das passt er ist auch ein noob kassack du hast die chance dich noch mal zu verstecken weißt du ne naja es sei denn natürlich du rennst mir ins bild dann hier piept was da piept was dann piept zurück piep piep ja warum tropft denn da Blut runter ach so ein Blätter soll ja oh ah kassack hat ein Schwein gehabt das ich nicht getroffen hab ha 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 Ach, da ist ein Schild. Guten Tag, da daneben. Wie liegt die Munition rum? Braucht er eine Munition, ne? Biep, Biep. Biep, Biep. Macht's halt. Oh, hier sterben ja die Leute. Das Gepiep geht mir voll auf den Sack, ne? Echt. Das kann einen so richtig irre machen. Ich renne trotzdem ein bisschen fixer hier rum, weil so ewig lange Zeit habe ich auch wieder nicht. Oh, da sehe ich Füße. Füße, 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 Füße. Du hast deine Füße? Ja. Du hast gezuckt. Ich hätte dich bestimmt nicht gesehen und nicht gezuckt hat. Ich habe noch nicht eine S-Mini gesehen. Was ist da los? Ja, die meisten habe ich auch rausgelöst. Absichtlich. Beim Rumrennen meinst du, ja? Die ganze Zeit war eben eine. Und mit einer habe ich einen Easy gekillt. So. Ein bisschen Angst habe ich ja stellenweise schon, ne? Aha. Dort Helmchen. Blizzard. Du Noob. So ne Scheiße. Du Noob. Ich habe deinen euren Helm gesehen. Wenn der Helm nicht gewesen, hätte ich trotzdem gesehen. Hätte ich noch gesehen. Sonst nicht. Das ist ein schöner Spruch. Wenn der Helm noch gewesen, hätte deine S-Mini gelegen. Hä? Nein, das war nicht mehr. Na, aber da kann der S-Mini. Oh! Oh! Ich habe einen Knall gehört. Nein! Nein! Du hast ja fast reingerannt, ja? So, fast. Oh, schon wieder. Finde ich gut, dass du meinen Jockey übernimmst. Ah, schon wieder. Das ist auch die Römi. Ich habe Römi gekehlt. So ne Scheiße. Super. Läuft. Knirsch. Ja, ich habe auch Angst vor mir selbst. Ja, ich habe auch Angst vor mir selbst. Das ist aber nicht schlimm. Weil ich so ein Tier bist. Ja. Dass ich so eine Maschine bin, du weißt. Oh, ihr piept es schon wieder. Piep. 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 Ich will das nicht. Was ist los? Wärst du schon wieder fast gestorben? Ne, ich glaube ich habe dich gesehen und bin einfach die andere Richtung weggegangen. Ja, du hast was oder du? Ach, da ist auch noch einer. Scheiße. Ich habe die Reiche hier oben drauf gesehen. Die Reiche oben. Hier oben lag ein Toter. Wenn ich den nicht gesehen hätte. Ja, toll. Jetzt ist eh nix mehr. Ich nehme selbst. Oh nein. Es bohrt fast neben dir. Aber es ist weg hier. What the fuck? Oh mein. Jetzt kommen die großen Geschütze raus hier. Oh Gott sei Dank. Oh, Alter. Es ist mich immer schrecklich. Es geht auch ganz schön krass, wenn ich den mal. Ich bin blind. 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 Ich hoffe, dass meine Vorräte drin ist hier. Bin ich mich interessiert. Vorräte sind unter Ihnen. Eines die Vorräte runter Herr Gangler! Was war es? jetzt kommt der Schrone. Oh, Sie haben den Schmorghaus. Ach. Oh. Was haben wir denn da? Ah, so ne Überwachungs Kacke. Was? Brauche ich aber nicht. Lass dich liegen. Gleich Helikopter oder was? Brauche ich nicht. Obwohl ne, der keine Kincli. Gepiept's so laut, ich hab Angst. Bip, bip, bip. Das Gepiept macht halt irre, ne? Ich bin gar nicht. Wie viele von euch leben eigentlich noch? Richtig so? Also, das ist eine AH10-Überwachung. Ja, ich weiß. Ach, euhh. Aber ich nutze das Ding ja nicht. Du hast voll das Glück, dass wir das auslösen. Ja, ja. Nächste haben wir Clemos mit dir. Was ist denn da rum? So was sind die Weihnachten und haben immer ein Glück. Na klar. Guten Tag Himmermann. Oh, Radio. Nö! 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 Helf! Dach mal... Bei mir gerade bei dir wir aus buying oder was? Ist schon der, nichts? Machs jetzt... Du hast ja blut am Schild! Hier kam... Aber man, gibs doch gar nn! Was n' Dich viel! Ja, europa, die k derivatives alle mit Schild! Nö, ich ne liegen jetzt hier so neàcies. Ollenpistolendinger hier. Oh! Kalėnst. Altar fatter! Ah, da war aber eben noch keine S-Mine. Sicher? Ein Lauf! Nein, du Arsch! Ich bin den Arsch, ich bin den Arsch. Gibt es hier schon oder? Gibt es hier schon wieder oder immer noch? Immer noch, glaube ich. Ich renne mal wieder. Wer lacht hier? Willst du dich jetzt durchgeschnitten oder was? Ja, keine Ahnung, wenn hier einer lacht. Muss ich davon ausgehen, dass hier vielleicht irgendwo einer sich versteckt oder auch nicht. Ey, da sind ja schon viel tot, Mann. Ja, der S-Mine-Style-Held, ne? Oh, sag mal da. Ah, gut, Dach. Wieso hätte ich jetzt noch nicht den... Wäre der Twisting nicht durch meine S-Mine, ja? Dann hätte der mich noch nicht gehabt. Hätte ich noch eine nur... Ach, scheiße, ich hätte dich fast übersehen, ey! Arsch! Wie lange du gesucht hast. Lohr! Da haben wir noch nicht vorbeigelaufen, ne? Ja. Ehrlich? Nein, leider nicht. Ich hab's gehofft. Also, da hat Lizzy keine besten Camperpositionen. Ja, irgendwie musst du ja so Nups wie Europas fertig machen. Wo war ich denn noch nicht? Wer lebt denn noch? Oh, noch drei. Oh, noch drei Leute. Wo ist ein Easy-Dell? Okay. Du hast mich noch nicht gekillt. EMS Einfluss zur Info. Ne, du mich auch nicht. Ich mich selber. Ja, gut. Aber ich hab die S-Mine ausgelöst. Weil du da durchrenst. Ja, ich hab einfach den Rubi gekillt. Verkauf dir noch Kriegs. Ich hab einfach Rubi gekillt. War auch nicht schlecht. Lauf an seiner S-Mine vorbei und dann hat das Auto ihn gekillt, so. Wo seid ihr hin? Weil ich hatte meine S-Mine extra versteckt, Mann. Und dann kommt er und... Ich hab mir noch Rennen sehen und ich... Oh! Da blinkt's doch. Du hast so einen Lack, ne? Alter, ich wär fast reingelogen. Das erste Mal. Elvis lebt auch noch. Nein, das ist Trini. Ach so, Trini. Vielleicht zumindest. Vielleicht auch beide. Oh, was hat er aber auch wieder so Glück? Sonst hat er keine Augen und dann guckt er auf einmal in die Ecke. So ne Scheiße. Wollts grad sagen. Ist er schon tot? Ich höre hier die Schraube. Doch, Battle fehlt hier. Ja. So, jetzt müssen wir mich ein bisschen beeilen. Sind nur noch 16 Minuten, Mensch. Schaffen wir uns gar nicht. Die letzten paar zu finden ist immer am ekligsten. Alter, blieb's schon wieder. Wer piept mich hier an? Du kannst nicht mal Sound rufen, was bist du denn für ein Noob? Der ist immer noch tot. Was? Was? Da hab ich mich versteckt. Hm. Hm. Wo war ich denn noch nicht, oder? Eigentlich Quatsch, wo ich noch nicht war, ne? Ich könnte mir sogar vorstellen, wo noch einer liegt. Hä? Wo ist ne Isi? Horristic darf ich dir mal anschauen, weil du siehst ja wo sie sind, ne? Ja, ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich weiß wo Isi ist. Ja, ich weiß auch wo Isi ist. Warte mal. Wo ist denn klar ist er. Hoch da du Noob! Muss auch nicht. Nein. Okay, da ist alle schon tot hier. Also ihr siehst, Versteck ist immer nach dem besten von einem. Hä? Ja. Ja. Wenn das mal eine tiefschweige ist. Wenn du das sagst, dann werde ich dir das erstmal glauben. Hä? Nee. Nee, 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 nee. Nein, nein, easy. Nein. Alles voll die Camper hier. Ja, war schlimm halt. Ja, war schlimm halt. Oh, du hast nur noch. 4 Minuten 86. Ja, ich bin doch schon on the way hier, Mensch. Ja, da hab ich den. Dann sind wir mal nicht so gestresst hier, junger Mann. Oh, ich bin nicht gestresst. Ah. Ah. Bim. Elvis. Oder Trini. Oder eins an beiden. Da waren es nur noch zwei. Wobei. Wobei. Da waren es nur noch zwei. Der Eurobus haut zu alle vor das Ei. Negativ. Negativ, ja. Ich kriegst du nicht. Or what? Ich würde echt gerne wissen, ob jemand ein schwierigeres Versteck hat. Ja. Ja. Nick Food Gamer. Okay. Also wenn Eurobass gescheit gucken würde, würde er easy aussehen. Wenn. Das liebe ich ja immer, ne. Und den Zuschauern. Wie sie immer babbeln dann, ey. Ja, ja, ja. Und am besten dann verplappern sie sich noch und dann... Ja. Ihr müsst schon Schnuddel halten, ne. Ihr dürft dich ein easy aufsiegen lassen. Das war früher beim Bubu auch schon so, Mann. Ich werde den schon finden, den Typen. Ne, ich bin im Auto und fahre über die Map. Was? Ja. Ich habe mir ein Jeep geholt von Bettefield. Oh, meia. Ja, und immer wenn der Euro da ist, dann bin ich genau auf der anderen Seite. Oh, wie heißt die Mod? Ich will die auch. Ja, wahr. Die heißt easy or what Mod. Easy or what Mod. What? 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 What haben sie gesagt? Hashtag checknoobs. Es gibt bestimmt irgendwo ne Ecke, die ich wieder mal nicht gesehen hab. Wo ich vielleicht noch nicht war. Ah. The King. The Curry King. Weil ich einfach nur ein Held bin. Curry King? Ja, irgendwas eventuell war's noch nicht, ja. Ach so, ich bin ja der Letzt überlebende oder? Vielleicht auch doch. Ja, bist du. Ach, ich hab grad der Bigfoot lebt auch noch. Ne, ich bin schon ein Laufabass. Ach so, das sehe ich natürlich nicht, weil ich immer Escape auf hab, ne. Weil wir so mappen und so gucken und so. Ja, und ne, dann 2 Minuten 40. Ja, ich, ich, ne. Ja. Keine Panik. Ich glaub irgendwas findet ihn auch. Ne. Doch. Glauben nicht. Weißt du? Glaub ich nicht. Ja. Ja, doch. Ab wann, ab wann darf ich dir zeigen wo ich bin? Gar nicht. Ab gar nicht. Okay, dann zeigst du gar nicht. Weil das wäre dann ja noch ein Versteck für das nächste Mal für dich, weißt? Ne, weil ich mich da vorher hinleg. Ja, blick ich mich. Dann lege ich mir auf dich drauf. Jetzt wird's aber eklig. Auf der Stelle. Nicht, ne. Dann springen wir alle aufeinander rum. Boah. Dann springen wir da nicht dahin. Hineinander, aufeinander, nebeneinander. Oh. Tö, 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 tö. Oh, Tor. Ne, ne, doch kein Tor, schade. Wie, huckst du schon wieder Fußball? Ja, ich guck schon wieder Fußball. Die haben das Tor rausgetragen, gibt kein Tor. Ach so, scheiße. Das wird ja ein cooles Spiel. Heute ist ohne Tor. Weil heute ist es DFB-Pokal. Wer spielt denn? Ja, gerade spielt Landbach gegen Offbach. Geht nicht kaputt, das scheiß Ding. Warum hast du einen Zerstörungswahn? Ja. Weil dann ist was pur. Ja. Ich hab nur den scheiß Stiefel zucken gesehen. Ich hab mir gar nicht bewegt, Mann. Ey, dein Charakter wackelt doch von sich aus. Ach so, ja. Zuck. Der Wichser, der Wichser! Der Wichser! Der Wichser! Aber gut ist Versteck, ne? Ja, gut ist Versteck. Hat lange dauert, ob ich das gefühlt, ne? Wie oft haben wir vorbeigehalten, Mann? Ja, ja, ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ihn zwischendurch vorher gesehen habt. Also ich glaub's nicht, ne? Das ist auf jeden Fall lustig. Wie gesagt, ne? Schreibt rein, ob weitermachen oder nicht weitermachen. Neue Modis, neues Glück. Gewinne, gewinne, gewinne. Und so weiter und so fort. Und habt ihr nicht gesehen. Oh, was? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis deine und... Tschüssi Ninkowski! Tschüssi Ninkowski! Tschüssi Ninkowski! Tschüssi Ninkowski! Spätwinder, echt ey! So, genau. Abonnieren, liken, favorisieren und so weiter und so weiter. Und tschüss!